Hallo Mettingen! Hallo Mettingen! Ich bin heute bei Claudia B. Oder in Claudia B. Denn Claudia B., so heißt mein Augenoptikgeschäft hier in Mettingen, Claudia B. Brillen und Accessoires. Und genauso kreativ, wie du dein Geschäft eingerichtet hast, so kreativ, kaufe ich auch meine Brillen ein. Denn wir haben hier Kollektionen, die man im Umkreis nicht findet. Und wir kaufen selbstverständlich dann auch immer nur eine Brille pro Farbe, pro Modell ein. Ich möchte hier auch nicht die gleiche Brille tragen, wie meine Nachbarin. Auf keinen Fall. Genau. Wo findet man dich? Man findet mich an der Westerkappelner Straße 2, ziemlich genau im Ortskern, gegenüber der evangelischen Kirche. Und wenn es mal stürmt, schneit oder irgendwie blöd ist, wir haben vier Parkplätze vor der Tür, fünf, oh stimmt, fünf, und wir haben auch Regenschirme im Laden. Falls es mal regnet. Genau. Damit ist alles gesagt und lasst uns gerne einen Daumen da.